herzlich willkommen meine lieben freunde was geht es ist wieder für euch euer lazy und wir sind in einem neuen projekt und zwar ist das ufc3 und ich bin nicht alleine nein 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 es ist jemand dabei den kennt man gut den hat man kennen und lieben gelernt bei mir auf dem kanal sag einfach mal hallo hallo ja es ist der liebe patrick nein quatsch es ist ja liebe mozudo weil ihm freunde korrekt ja wir haben heute bock uns durch sämtliche gewichtsklassen zu fighten und da wünschen wir euch einfach viel spaß wir starten auch direkt schon mit dem ersten fight und wir sehen uns dann dort ich habe meine gefunden wo alle die sie aus wie ein typ okay warte mal aber ich gucke mal ob ich vielleicht irgendwie etwas fürs auge hier finde es schwierig bei so kampfweibern aber oh gott die claudia aller oh gott aller heftig ja komm warum nicht die polin alle weiß warum die polin ich weiß nicht hätten wir die kommentatoren ausschalten sollen aber hier klatscht hat glaubst du es auch auf l2 auf l2 stadt schlopfer okay aber jetzt ja nicht oder was willst du nicht die gb 1 alle meine akku ist fast leer von kontrolle scheiße nein 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 quatsch ich 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 wechsel gleich kontrolle kommen ich wechsele gleich ja ja hallo zu mir was los sei hallo 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 was hier los hallo nein weg ey hör auf jetzt nein hallo 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 hat man zu nur kann kann man kann man kann man hat den kapitel verlagern wir auf 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 hier hat triss Kriss, Junge! Aua! Aua! Mozzuno, mach's nicht so hart! Bam, 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 Junge! Bam, bam, bum, bum! Komm, steh auf! Steh auf, du Hund! Dir, dreh dich ein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tock! Aber meine Stimme, ich wüsste, die ist seit Tagen, ist meine Stimme einfach so down, oder? Jetzt! Oh, Mozzuno, du Sack! Ja! Mozzuno! Hier kommt die Wiederholung! Easy! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist das alte Arbeiterkämpfer! Oh, voll die Mähre, reicht bei dir, geil! Sprachenlernen, Babbel! Dann komm ran auf den Meter! Boah, Alter! Das ist ein Highlight-Moment! So geil! Oh mein Gott! Oh nein! Ach, geh mir doch nicht auf den Sack! Alter, was willst du denn? Ich hau jetzt ab! Oh, scheiße! Oh, er ist angeschlagen! Ah ja, Mozzuno! Was ist denn hier los? Ja, da komm her, Junge! Ah! Uh! Oh, ah! Alle! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Mozzuno! Oh! Oh, das war die Lebe, mein Freund! Oh, aua! 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 Ah! Gute Kombination, sehr gut! Hahaha, alter! Oh! Über den Kopf! Nein! Och! Mozzuno! Da ist die erste Runde rum, Mozzuno! So! Dann gehen wir in die zweite Runde, mein Freund! Aber jetzt tatsch die Aufsage! Alles klar! Runde zwei! Boah, so ein paar... Boah, dafür wirst du bezahlen, Bruder! Oh! 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 Boah! 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 Boah, Boah! So geil! So geil! Da kommt jetzt der nächste Kampf, allah! Scheiße! Weil dieser Struppelkopf, der wehrt einiges ab, mein Freund. Äh... Oh! Uh! Uh! Ah, aha. Monsuno will es halt so direkt wissen. Okay. Ah! Alter, was ist das für eine wilde Schlägerei hier, Alter? Na komm, Junge. Uh. Oh. Oh, er scheint genommen zu sein. Oh. Monsuno, wenn der kommt, Junge, dann sieht es richtig eklig aus für dich. Oh! Na komm, Junge, geht... Oh! Nicht so wieder! Nee. Oh, da hinkt er ein bisschen. Sieht aus, als wäre es... Ja, da geht er zu Boden, Alter. Willkommen bei Run, Junge. Ah, ah, ah. Nee, nee, nee. Oh! 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 Ich will eine Spinning Backfist durchbringen, Bruder. Eine Ewigkeit später. Oh, ha, 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 ha! Oh! Das ist was, 4 zu 0, Alter. Conor McGregor... Aaaaaaah, Alter! Trotz des Beispiels, asiatische Kampfwurzel blüken. Jetzt mal ein Eier tritt! Nein, nicht schon wieder! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aber ich liebe Spiele, wie es jede Chance gibt. Uuuuh! Ja! Ja, dann schauen wir mal! Aua! Oh, ein knallharter Kopftreffer! Oh, oh, ein ganz starker Kick! Oh, voll auf den Kopf! Aua! Aua! Schöner Schlag, aber daneben! Schöner Treffer! Nicht schon wieder, wie das denn, bitteschön! Was? Oha! Ja, das war an den Knien! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Schöner Schlag, anders zum Kopf, erst genommen! Schöner Schlag! Schöner Schlag! Aua! Ich brauche einen Kaffee! Warum das denn? Das wird sich gleich aggressiv! Ach ja, und Kaffee macht ja, lindert sich ja so arg! Ja, bei den meisten Menschen ist das so, wenn ich Kaffee kriege, ist die Augen gepusht und mir macht es mich eher müde! Oh, guck mal! Mach Scheiße! Direkt in Kampf Nummer 7! Haha! Und da? Äh, nein! Der Schlag bei Peng! Ja, guter Inside-Legning! Ah! Nummer Zuno lernt dazu, sehr schön! Sehr gute Keks! Mhm! Wie sieht's aus, Jung? Äh, nein! Hallo, hör doch auf jetzt! Führen sie auch jetzt! Ach, Scheiß, mein Ball! Hast schön auf deine Füßchen auf, mein Freund! Und sie ist aus'n TK ohne Haar! Eieieieieiei! Ich lerne dazu! Ja, das seh' ich! Was für ein Gast reformiert! Ja! Dein Bein ist im Arsch, Junge! Ja, und nochmal einen auf den Körper! Uh, der war gut! Anständig zu Ende bringe ich jetzt hier! Soll ich dich direkt fertig machen oder soll ich noch ein bisschen mit dir spielen? Nein! Oh, starker Inside-Legning! Gut gemacht! Er blockt den Schlag zum Koffer! Mal tun, ich glaub' gleich ist rum! Jetzt kommt nochmal der Kick und jetzt ist es vorbei! Nein! 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 Meiner ist übel alt! Ach, Scheiße, Alter! So! Jetzt wirst du gegen eine richtige Legende kämpfen, mein Freund! Oh, was?! Oh! Oh, den hast du gut gemacht! Oh! Oh, der trefft ein Tack-Tack! Nein! Ich hab' wieder! Oh, schöner Kick zum Koffer! Was für ein Head-Kick! Der kommt nicht an! Was für ein toller Leg-Kick! Oh, harter Lieber-Hopper! Für mich kommt der Schick ihn wieder zugrunde! Oh! Oh! der durchgekommen ja jetzt sind es dann noch zwei kämpfe bei den wunderschön und sagt gar nichts mehr ich stehe wirklich, ich stehe wirklich ganz kurz davor es zu tun was denn die Rates quitsen Alter die Jaxons ist shaggy Rampage fucking Jaxons Alter die die Jetzt hören wir mal hin. Wahrscheinlich wird mir mein Übermut jetzt zur Last, also ich werde da mein Übermut jetzt wahrscheinlich dran verrecken. Aber ich wünsche dir einen schönen Fight, Aller. Aller, bei mir leckt es übel. Jetzt leckt es aber echt übel. Aua. Aller. Au, 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 das war ein gutes Timing. Au, du kommst doch mal raus. Was? Was? Heftig. Ach, hör doch auf. Ich kippe von dem einfach nur heftig. Oh, 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 er hat ihn wieder erwischt und fast gehabt. Ja, der hat verkackt, kommt an. Nein, was? Remy, komm. Remy, sit. Speak. Ich habe Rampage Jackson nicht die Ehre erwiesen, die er verdient und habe mich wahrscheinlich in dem schlechtesten Englisch auf der ganzen Welt entschuldigt, deswegen kommt jetzt hier Kimbo. Jetzt leckt es gerade echt übel. Ja, ich weiß nicht, wieso. Rechnet es draus, dass die, äh, dass irgendwie gerade alles so schlechter ist. Guck mal ihn hier an, Alter. Alter, wie breit. Aber das sind wirklich Viecher, also die Heavywader, die Heavywader, die sind wirklich brutal. Zagreb, ist sie geil. Und jetzt, wenn wir mal hin, wo der herkommt, jetzt der andere, der Kimbo. Du sagst Algerien. Ne, Algerien hat auch so grün-weiß mit so einem Mond drin. Ne, echt, dass Algerien hat blau-weiß. Ja, das ist gut. Miami-Florida, wo es auch. Heftig. Herb Dean. Das ist gut. Aller, da wird nicht abgeklatscht, Oli. Die beiden können das sogar alles Referee kaum noch erwarten. Die wollen endlich loslegen. Okay, man, Zuno. Na wünsche ich dir eine schöne letzte Runde. Danke, danke. Let's knack, Allah. Und los geht das Duell, dieser beiden Striker. Block der ab. Alle, wie willst du denn? Nein, 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 Alter. Alter, 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 Monzuno. Oh. Oh, oh, jetzt ist das mal so knapp. Ja, komm ran, Junge. Ja, ja. Oh. Oh. Nee. Noch nicht, Monzuno. Also, da ist die erste Runde weg. Da geht der letzte Fight auch nochmal in die zweite Runde. Jetzt gebe ich Respekt. Alter, was schnicken wir an, Alter, einfach. Oh, das tut nicht gut. Alle, wir sind halt beide richtig im Arsch, Alter. Nein! Ja, alles klar, gut, wenn du den Dreh rausrast. Nee! Oh, da hinkt er ein bisschen. Sieht aus, als wäre sein Bein verletzt. Oh, er hat ihn wieder erwischt. Unfassbar! Nein! Nein! Rückzug, Rückzug! Aller, die fressen sich gegenseitig auf, Aller. Nein! Hier, Körper, Junge. Nein! Oh mein Gott, Albonzudo, leck mich! Okay, klar. Aua! Nee, nee, ich will nicht, 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 das ist so scheiße. Oh, 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 nach dem Treffer ist er wieder angeschaut. Alter, das war richtig der Upper Cut. Oh, gute Abwehr, das war kein Steckdruck. What? What? Oh, ne? Nein! Also, dann würde ich sagen, mit diesen Bildern, auch wenn es mir auch für den guten Kimbo sehr leid tut, würden wir uns verabschieden von meiner Folge. Ich denke, bei Monzuno geht es jetzt noch ein minimales Stückchen weiter, ein bisschen Realtalk und so. Falls ihr das bei mir jetzt seht, schaut unbedingt bei Monzuno vorbei. Wenn ihr das gerade bei Monzuno seht, schaut unbedingt bei mir vorbei. Mein lieben Freunde, Monzuno, willst du noch was sagen? I need a coffee, it's a coffee glass at my soul. Was für ein Ding? Ich will Kaffee. Alles klar. So, mein lieben Freunde, mit diesem Bild, macht's gut, haut rein und bis dann. Peace.